Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Sie so ansprechen, wenn wir an uns des Konzils erinnern, geht es ja darum, das Konzil als ein kirchliches Ereignis zu verstehen. Selbstverständnis der Konzilien handelt sich ja um eine Versammlung zur Ehre Gottes, um die Offenbarung des Wort Gottes einleuchtend darzustellen und das Konzil hat einen Auftrag der Verkündigung, der Vergegenwärtigung des Wortes Gottes. Ich möchte einmal mit einer kleinen Anekdote und einem wahren Begebnis beginnen. Gestern waren wir in Neuen Kirchen, im Heiligen Dionysius, 100 Jahre Jubiläum des Kirchenbaus und war dann wunderbare Liturgie. Anschließend im Pfarrheim haben sich so drei kleine Kinder, Kindergartenkinder dann zu mir hingesellt und sie wollten einfach nicht mehr von meiner Seite weichen. Die Eltern haben das verzweifelt versucht, sie da irgendwie loszueisen, weil ich dann auch weg musste. Dann hat sich irgendjemand erbarmt aus der großen Gemeinde und ist zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Bischof, das müssen Sie verstehen, diese Kinder haben keinen Opa mehr. Also zwei Generationen, das bedeutet ja Opa im Verhältnis zu diesen Kindern und das ist eben genau die Zeit auch des zweiten Vanikanums, die ich selber in meiner Kinder- und Jugendzeit ja miterlebt habe. Er ist zuerst miterlebt, vielleicht so als 14, 15, 16-Jähriger. Ich habe dann auch schon vieles dann in der Kirchenzeitung gelesen oder sogar im Feuilleton, der Frankfurter Allgemeinen schon, was so an Kommentaren gelaufen ist und vieles andere dann auch über die Pfarrei oder natürlich über das Gymnasium, Religionsunterricht mitbekommen. Später natürlich im Theologiestudium habe ich nicht nur über das Konzil dieses und jeden Kommentar gehört, sondern natürlich auch die gesamten Texte, die 16 Konstitutionen und Erklärungen und so weiter, 16 Dokumente des Zweiten Vanikanums natürlich dann studiert und mir dann auch, also ich dann später als Professor tätig gewesen bin, mir so zu eigen gemacht, dass das Zweite Vanikanum ja für uns gleichsam so den hermeneutischen Rahmen darstellt, die Grundoption, wie wir Kirche im Heute verstehen. Nun als Jugendlicher, Kind und Jugendlicher ist man vielleicht mit dem konkreten praktischen Leben der Kirche zutiefst verbunden, wenn man so als Ministrant sozialisiert worden ist, dann noch in der früheren Liturgie, das Stufengebet dann gelernt hat, hat mir das ein bisschen leichter gefallen als meinem Bruder, weil wir dann schon mit zehn Jahren der ersten, vierten Klasse, fünften Klasse dann schon Latein gehabt haben, dass gleichzeitig für mich dann auch noch mit dem Schott zusammen dann eine Übung in Latein gewesen ist. Aber jedenfalls sind wir so als Kinder und Jugendliche in der früheren Liturgie, der Förden der früheren Liturgie sozialisiert worden und dann beim Beginn des Theologiestudiums zunächst dann auch in den ersten Semestern mit der Liturgie, Konstitution, Sacrosanctum Concilium konfrontiert worden. Das ist ja, glaube ich, etwas, die Liturgie, was für die meisten Gläubigen, die jetzt nicht Fachtheologen sind, unmittelbar ins Auge springt und sie eben am meisten betrifft. Die Liturgie ist ja für uns eine ganz tiefe, uns emotional auch tief erfassende Begegnung mit Gott, der Gemeinschaft der Gläubigen. Der Heilige Vater sagt ja immer wieder auch, das Schicksal der Kirche heute ist die Liturgie, das zentrale Tun der Kirche, die Quelle, aus der alles hervorgeht, aber auch der Zielpunkt, dem alles zustrebt. Freilich in Verbindung auch mit der Diakonia, ganz im karitativen Bereich, dem gesellschaftlichen Wirken der Kirche und zusammen mit der Martyria, ganz im Thema der Seelsorge und der Verkündigung, alles was mit diesem Bereich eben auch zusammenhängt. Nun, die Liturgie und die Liturgie-Konstitutionen und die Anregungen und der Bestimmung, die von der Kirche sind, spielen ja bis in die Gegenwart eine Rolle, bis vor unserer Haustür, seit Skofen, wo ja die Position vertreten wird. Hier sei das Zentrum des kirchlichen Lebens gleichsam gestört oder sogar zerstört worden. Hier hätte man sozusagen eine neue Liturgie begründet. Nun, ich hatte das Glück zu Hause in unserer Pfarrei, dass wir schon von der liturgischen Bewegung auch und den Gedanken, die sich dort vollzogen haben. Romano Guadini ist ja auch ein Mainzer Priester gewesen, sodass das ja unmittelbar jetzt in dem Erlebnis-Kontext meiner Jugend sich ansiedelt. Die liturgische Bewegung hat ja schon gleichsam die Vorarbeit geleistet, die denn am Ende gleichsam als Frucht sichtbar wird in der Liturgie-Konstitutionen und ihren Bestimmungen. Insofern habe ich das auch lebensgeschichtlich nicht irgendwie als einen Bruch erfahren, weil wir auch die Liturgie in der alten Form nicht einfach nur so gedankenlos mitvollzogen haben, sondern in ihre Idee, in ihren Grundvollzug schon eingedrungen sind. Es gab ja damals so in dieser Übergangszeit auch schon Bet-Sing-Messen, haben wir gesagt, wo wir dann als Lektoren oder größere Ministranten eben auch schon die lateinischen Texte, soweit es eben möglich war, parallel laut vorgetragen haben, sodass dann auch diese Kluft zwischen dem, was der Priester vorne am Altar tut und dem, was die Gemeinde dann auch betend, mitverstehend, mitvollziehen, nicht so groß gewesen ist, wie das vielleicht bei anderen der Fall war, die die Erneuerung der Liturgie als einen Bruch empfunden haben, haben Bruch in der gebohnten Art und Weise, wie die Liturgie gefeiert wird, aber auch Bruch, wie ja manche eben sagen, bis in die theologische Substanz hinein. Das Zweite Vatikanische Konzil ist ja insgesamt jetzt nicht einfach vom Himmel gefallen, plötzlich jetzt irgendwie hervorgetreten, sondern hier finden wir eine Zusammenführung der großen Bewegungen, vielleicht so nach dem Ersten Weltkrieg können wir sie ungefähr ansetzen, die schon genannte liturgische Bewegung, 1919, ja, schon das Buch von Guadini über die Liturgie, der Geist der Liturgie, dann aber auch die biblische Bewegung, die Theologie, das kirchliche Leben, das geistliche Leben, jedes Einzelnen, sondern noch stärker schriftorientiert sein, aus dem großen Reichtum des Wortes Gottes, sollen wir schöpfen, deshalb bis auf damals schon dann auch immer die Lesung Evangelium, immer auch dann im Sonntagsgottesdienst, immer auch in Deutsch dann nachher nochmal vorgelesen worden, also nicht nur parallel, aber jedenfalls Evangelium wurde dann vor dem, dem, oder der Predigt ja eben klare Weise Deutsch auch vorgelesen, also biblische Bewegung, liturgische Bewegung, patristische Bewegung, nicht einfach nur die Neuschalastik, sondern die Theologie in ihrem ganzen Reichtum auch, die Vätertheologie sollte wieder voll aufgegriffen werden und dann auch die Erneuerung in dem Verständnis der Kirche, über die wir dann nochmal eigens reden müssen, wegen dieser großen Bedeutung der Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Jedenfalls so lebensgeschichtlich bin ich so hineingewachsen, die neue Form der Liturgie. Was ist eigentlich das Entscheidende, worauf es hier ankommt? Sollte ja nicht irgendwie kosmetisch das oder jenes Mal geändert werden, im Sinne, dass wir so im Sinne der heutigen Massenpsychologie, Fernsehzeitalters irgendwie besser ankommen, das als leichtere Unterhaltungskost jetzt vortragen, sondern es ging ja darum, die äußere Gestalt so zu ordnen und den Ablauf der Riten so durchsichtig zu machen, dass man sie auch nachvollziehen kann, sie nicht nur betrachtet wie in einem Theater, irgendwie das, was vorne sich abspielt, sondern dass es einen aktiven Mitvollzug gibt. Das hatte eben auch was mit unserem Kirchenverständnis zu tun, dass auch im Zweiten Valikanischen Konsil erneuert worden ist, in Lumen Gentium, Kirchenkonstitution, ist es ja auch deutlich gemacht, dass Kirche nicht einfach, wie das vielleicht aus bestimmten geschichtlichen Entwicklungen so erschienen ist, die Kirche, das ist die Hierarchie und die anderen sind eben die, für die die Kirche tätig ist, diese Vorstellung hier, das Kirchenvolk dort, die Hierarchie, das geht ja bis zum heutigen Tag noch in den Sprachgebrauch hinein, gerade gestern und heute auch in der Zeitung gelesen, man den Zusammenhang hier, die Laien und dort die Kirche, da hat man mit Kirche sogar nur noch das Ordinariat gemeint. Also wir wissen, wie viele unterschiedliche Begriffe von Kirche es gibt, wie das oft da durcheinander geht, ist die Ortskirche, Kirche von Regensburg und die Universalkirche, aber hier eben auch Kirche, die dann reduziert wird auf die Hierarchie, dem dann irgendwie die Basis entgegengestellt wird, als ob die Laien die Basis der Kirche sein könnten, Basisüberbau, das ist ja marxistische Soziologie, die Basis, die Grundlage der Kirche kann nur Christus sein, von dem her wir geeint würden, zu der einen Kirche, eine Leitende, vielen Gliedern, wo dann eben alle dann auch jeweils ihr spezifisches Charisma haben oder die spezifische Sendung und Vollmacht übertragen bekommen, aber zum Dienst am Ganzen. Also jedenfalls das Zweite Vatikanische Konzil, versucht diese falschen, einseitigen Perspektiven zu überwinden und die Kirche insgesamt als Volk Gottes, Leib Christi, Tempel des Heiligen Geistes zu verstehen, wo ja in diesen Begriffen immer der Bezug gegeben ist, von der Einheit, des eine Volk Gottes, der eine Leib, der eine Tempel, aber die Vielheit der Menschen im Volk Gottes, die Vielheit der Glieder im Leib und die vielen Bausteine, aus denen der ganze Tempel aufgebaut wird. Wir hatten ja von der Reformationszeit her uns katholisch-evangelisch gemeinsam bewegende Thematik, Spannung auch, die es auch wert ist, immer zu bedenken, was man so theologisch, fachtheologisch sagt, das Verhältnis von gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen, die wir durch die Taufe, durch die Firmung, einbezogen werden in den Leib Christi und eben das besondere Priestertum, der priesterliche, hirtenmäßige Dienst derer, die aufgrund des Apostelamtes, dann später als Bischöfe und Pressbüter, Priester, wie wir sagen, tätig sind und Christus als das Haupt des Leibes vergegenwärtigen, aufgrund dieser besonderen Sendung, die sie empfangen haben, nämlich im Sakrament der Weihe, Kraft des Heiligen Geistes, Christus selber zu sprechen, zum Handeln in der Kirche zu bringen, also das Amt des Lehrens, des Leitens und des Heiligens. Nun, wenn die Kirche von der Taufe, von der Firmung her, eine innerlich geordnete und zusammengefügte Gemeinschaft mit Christus ist als dem Haupt dieses Leibes, dann muss ich das auch eben in der Liturgie ausdrücken, denn die Liturgie ist ja nicht nur etwas, was wir auch noch tun in der Kirche, sondern die Liturgie ist ja sozusagen der Wesensausdruck, der Vollzug, der sichtbare Vollzug von dem, was Kirche eigentlich ist. Und deshalb kann es in der Liturgie, theoretisch gab es es natürlich nie, aber vom Erscheinungsbild her war es so, die einen die Zuschauer und die anderen die Akteure am Altar, die Zuschauer im Kirchenraum. Das kann ja eigentlich nicht so in dem Sinn theologisch verrichtig sein und deshalb auch die Reform, die äußere Darstellung, das Bewusstsein. muss nun eben auch geschärft werden, dass wir mit Christus eine einzige Aktionseinheit darstellen. Und deshalb dieser Kernsatz der Liturgie-Konstitution, dass wir tätig und bewusst und aktiv handelnd mit Christus, dem Haupt der Kirche, eine Einheit bilden. Und dass deshalb dieser scheinbare Unterschied jetzt zwischen einer bloß versorgten Gemeinde, mit Liturgie versorgten, mit den Früchten der Sakramenten versorgten Gemeinde und dem handelnden Teil der Kirche, dass dieser Eindruck nun eben auch überwunden wird. Das ist jetzt nicht eine neue Liturgie, Liturgie, denn wenn man die Messtexte sieht im alten Messbuch, das ja nicht nur auf das Konzil von Trient zurückgeht, seit dieser Zeit gab es auch immer wieder einige Formen der Liturgie, Reformen, Erneuerungen, die Osternacht, das wissen alle noch, von Pius XII. Die Kirche dürften diese Struktur sichtbar machen, was eigentlich jetzt hier vollzogen wird im Mysterium. Aber vor dem Konzil von Trient gab es auch viele andere Formen, Riten in der Liturgie und auch im Laufe der Jahrhunderte natürlich immer wieder auch Veränderungen. Aber das sind eben nicht, wie das jetzt von den Pius-Brüdern behauptet wird, fälschlich behauptet wird, Änderungen in der theologischen Substanz der Sakramente. Das kann ja die Kirche nicht. Das Konzil von Trient sagt ja ausdrücklich auch, dass die Kirche nicht die Vollmacht hat, die Substanz der Sakramente einzugreifen, aber die Vollmacht hat, den äußeren Ritus zu ordnen und darum eben auch das Recht hat, dann auch dann und wann, wenn es eben angesagt ist, eine Liturgie-Reform in die Wege zu leiten. Also die Grundsubstanz der Eucharistie, diesem Sakrament verdeutlicht, ist uns ja klar vorgegeben, in der Einsetzung der Eucharistie, beim letzten Abendmahl und dann in frühester Zeit verbunden mit der Liturgie-Verbi, sodass wir die zwei unveränderlichen Hauptteile haben, Wortgottesdienst und eben der eucharistische Gottesdienst im engeren Sinn, mit der Gabenbereitung, dem eucharistischen Hochgebet und dem Kommunion-Teil, wie wir es ja kennen, mit den beiden eidenleidenden Teilen und dem Schluss-Teil, mit dem Segen und der Sendung in die Welt, geeint um Christus, gestärkt durch seine Gnade, nimmt die Kirche nun an der Sendung Christi teil, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, denn wir feiern die Liturgie, nicht um jetzt innerlich ein schönes Erlebnis zu haben, wie wir bei einem Konzert dabei sind, sondern wir feiern ja die Liturgie, um bestärkt von Jesus Christus erfüllt vom Heiligen Geist das Evangelium, die frohe Botschaft zu verkünden und auch im Zeugnis zu leben, weil Gott will, dass alle Menschen zur Wahrheit und zur Erkenntnis der Wahrheit und zum Heil gelangen sollen, denn alle sind ja, wie wir auch, Geschöpfe Gottes und deshalb sind wir nicht als Kirche privilegiert, wenn wir dazu berufen sind, sondern wir sind in besonderer Weise beauftragt, aufgrund dieser Berufung an der allgemeinen Sendung zum Heil nun auch teilzunehmen. Und deshalb sind eigentlich wenige Änderungen vorgenommen worden in der Eucharistie, bei den anderen Sakramenten, sollten gewisse Verdopplungen, bestimmte Strukturunklarheiten, Abfolgeunklarheiten überwunden werden. Das ist eben auch so geschehen, wird das alte, alte Ritus mit dem neuen vergleicht, dem fällt es in die Augen, natürlich die Substanz die gleiche ist und auch der gewachsene lateinische Ritus jetzt bei uns voll und ganz erhalten geblieben ist, aber es ist, glaube ich, sehr durchsichtig und einsichtig, wenn man sich bewusst und tätig hineingibt, was hier geschieht. Zentral eben das Wort Gottes wird uns verkündet, aber es ist nicht nur ein Wort Gottes im Sinne der Belehrung, sondern es ist ja Christus, dem wir in dem Wort Gottes, der Lesung, Evangelium begegnen, Personal begegnen, Christus, der unser menschliches Leben und Dasein angenommen hat und der uns in die ganze Geschichte des Heils, also im alten und neuen Bund, nun auch hineinführt und uns daran teilnehmen lässt. Daraus ergab sich auch eine Verbesserung, nicht nur eine Veränderung, sondern eine Verbesserung der Leseordnung, sodass wir mit den zwei Lesejahren am Werktag und den drei Lesejahren der Sonntagslesungen praktisch jeden Tag an der Heiligen Messe teilnehmen, innerhalb von drei Jahren hat die ganze Bibel gehört. Also der Tisch des Wortes Gottes sollte reicher gedeckt werden. Und dann eben, eucharistischer Teil, werden wir bereitet, die Gaben werden bereitet, aber die Gaben von Brot und Wein sind ja auch Hinweise auf uns selber, die vielen Tropfen des Weins werden gesammelt und so in der Einheit zusammengefügt, die vielen Körner werden gemahlen, zu einem Mehl, zu einem Brot zusammengefügt. Das ist ein Bildwort, das wir schon in der Didache im Ende des ersten Jahrhunderts, Anfang zweites Jahrhundert finden, also was in der Gabenbereitung dargestellt wird, Bereitung der Gaben und Bereitung der Herzen. Das ist ja eigentlich der Sinn dieses Teils der Messfeier. Und dann im eucharistischen Hochgebet werden wir in das ganze Geheimnis des Heils hineingenommen. Alle unsere vier eucharistischen Hochgebete, die Kinderhochgebete haben ja eine trinitarische Struktur, es wird ja mit dem Vater angeredet, dann kommt das Heilsereignis in Christus mit dem Höhepunkt der Wandlungsworte, der Werbung Domini, aber auch der Epiklese, Sendung des Heiligen Geistes, dann die Weitung in die ganzen Heilsereignisse hinein, die Kommemoration der Heiligen und unserer Verstorbenen, dann kommt, Herr Wunderbar, dann die Doxologie, Ehre und Herrlichkeit, alles auf Gott, den Vater, durch Christus im Heiligen Geist. Dann beginnt wir mit dem Vaterunser, dann der Kommunion Teil, wer so mit Christus verbunden ist, in seinem ganzen Heilswerk, und seine Hingabe an den Vater, nimmt nun auch Teil an Jesus Christus selber, der uns ja zur Speise und zum Drang für das ewige Leben geworden ist. Ich glaube, das ist ganz leicht nachzuvollziehen und hier soll auch der Sprung oder sagen wir mal die Differenz zwischen Leben und dem, was in Liturgie darstellt, überwunden werden, weil ich mich ja selber ganz hineingebe in dieses Geschehen, nicht mit Christus, aber auch mit allen denen, die zu Christus gehören, vereine und die Bewegung hinziehe, mitvollziehe, zu Gott dem Vater hin, der uns im Heiligen Geist durch Jesus Christus auch wieder alles schenkt, sodass wir Gott begegnen als Wahrheit und als Leben. Also diese tätige, bewusste, aktive Mitfeier alle Glaubenden aufgrund des gemeinsamen Priestertums und aufgrund des Weihepriestertums. Nun gab es sicher eine Hürde, nämlich für den Mitvollzug, nämlich die uns gewohnte lateinische oder woanders auch griechische oder kirchenslawische Sprache. Dann gab es sicher viele Hin- und Hererwägungen. Die eine Sprache, Latein, die dann in der ganzen Kirche verbreitet ist und darum auch ein Band der Einheit darstellt, aber auf der anderen Seite wie viele konnten oder kennen Latein und deshalb diese Grundentscheidung, dass eben den Muttersprachlichen ein großer Raum in der Liturgie gewährt werden soll bis zum heutigen Tag. Ich glaube, das war sicher eine wichtige und auch richtige Entscheidung, weil wir natürlich eben auch durchaus zum Vaterunser in Latein kennen sollten und die wesentlichen Antworten, denn es gibt ja doch viele Gelegenheiten, wo wir auch mit Christen anderer, Katholiken anderer Zunge zusammenkommen und über andere Gelegenheiten im Ausland oder in Rom. Das läuft dann schon gut, wenn auch sprachlich einzelne wesentliche Teile dann, zumindest vielleicht auch vom Ablesen, mit vollzogen werden können. Das soviel zur wichtigen Liturgiekonstitution und zur Erneuerung der Liturgie. Hier gibt es vielleicht auch Missverständnisse, es gab dann auch manche Missbräuche oder falsche Verständnisse oder falsche Formen der Einführung, dass man einfach gesagt hat, vorher war das ruprozistisch so und ab heute wird es einfach so vorgeschrieben von der kirchlichen Autorität, machen wir es anders. da ist vielleicht auch viel an Unfrieden und Missverständnis hineingekommen, wenn nicht im Sinne der liturgischen Erneuerung nun auch das Verständnis geweckt worden ist, warum mit inneren Tiefen und guten Gründen die Liturgiereform sich so auch vollzogen hat. Aber ich glaube, das kann man nicht jetzt diese Missverständnisse oder manchmal auch Missbräuche, indem man die Liturgie so irgendwie Selbstdarstellung vielleicht benutzt oder meint einfach, das ist nur so ein reines pädagogisches Spiel, wo man beliebig alle Teile hin und her schieben kann. Aber ich glaube, das hat sich doch im Großen und Ganzen glaube ich gut geregelt. Da hat bei uns im Bistum Regensburg das liturgische Verständnis und auch das Verständnis für den Zusammenhang von Inhalt und von Farm eine gewisse Farm muss man ja auch einfordern können. Wir treten vor das Angesicht Gottes, wir sind aber mit unseren Brüdern und Schwestern verbunden, die Verehrung Gottes, die Anbetung Gottes, aber auch das Bewusstsein der Kommunio, der Gemeinschaft, in die wir hineingerufen worden sind, eine Gemeinschaft, die uns auch trägt. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch in unserer Liturgie Verkündigung auch den Menschen auch anbieten können, dass Menschen, die vielleicht auch etwas distanziert sind von der Kirche, die gelegentlich mal am Gottesdienst teilnehmen, doch irgendwie spüren, hier bin ich zu Hause, hier werde ich persönlich angesprochen, hier werde ich in die Gemeinschaft, in die Kommune hineingenommen und auch getragen, denn niemand soll ja vor Gott ein Fremder sein, wir sind ja keine Fremdlinge mehr, sondern wir sind ja durch die Taufe, durch die Begegnung mit Gott im Gebeten, den Sakramenten sind wir Freunde und Hausgenossen Gottes und so sollten wir uns ja auch untereinander verhalten. Nun, unter den 16 Dekreten und Dokumenten des 2. Vatikanums sind natürlich nicht alle gleich wichtig, manche beziehen sich auf gewisse Ausführungsbestimmungen, wie gehen wir mit den modernen Kommunikationsmitteln um, alles sehr wichtig, aber trotzdem gibt es halt die Themen, die den Glauben, Glaubensthemen betreffen, die sind natürlich für einen Konsil viel wichtiger, da kann man nicht alle der Grete des Konsils gleich auf die gleiche Stufe stellen, da gibt es unterschiedliche Bedeutungen, unterschiedliche Gewichtungen, das war natürlich auch in den früheren Konsilien, auch der Fall, da gibt es dogmatische betreffende, die Lehre betreffende Aussagen, Lehrkapitel oder sogar Kanonis, aber auch die Disziplin, die Ordnung der Kirche betreffende Fragen, die ja zu unterschiedlichen Zeiten ja auch dann wieder anders lauten können. Und wir wissen ist, dieses Konsil unterscheidet sich von den anderen ökumenischen oder Konsilien oder auch Provinzial-Konsilien, damals in der Zeit von Augustinus gab es in Nordafrika bei der Gnadenlehre Donatisten wichtige Provinzial-Konsilien, die aber später praktisch den Rang von ökumenischen Konsilien hatten, eingenommen haben, weil sie das allgemein rezipiert worden sind, aber wir kennen auch diese ökumenischen Konsilien, den ganzen Erdkreis, umfassend beginnt mit dem Konsil von Izea, wo es um die Gottheit Christi ging, dann Konsil von Trient ist natürlich auch allgemein bekannt, wo es dann um die Profilierung des katholischen Glaubens ging, in den ganzen Auseinandersetzungen der Reformationszeit bis hin eben zum Ersten Vatikanischen Konsil und dann jetzt eben zum Zweiten Vatikanischen Konsil und das sind die drei Konsilien der Neuzeit, die alle unter so bestimmten Voraussetzungen stehen, die sich doch von den patristischen Konsilien der alten Zeit auch unterscheiden, weil der geistige Horizont ganz anders ist, der kulturelle Umkreis. Der Konsil von Trient hatte die Abgrenzung zu den Protestanten vollzogen, Lutheranen, Reformierten und anderen Gemeinschaften, dass die Reformation hervorgegangen sind. Das Konzil hatte damals nicht beansprucht, fleißsam den ganzen katholischen Glauben darzustellen und deshalb sind auch manche wichtige Aspekte vielleicht gar nicht jetzt voll und ganz ausgearbeitet worden, jedenfalls nicht in den Texten des Konzils selber, aber im römischen Katechismus aufgrund des Konzils von Trient, der bringt viel größere Zusammenhänge als jetzt nur die einzelnen Abgrenzungsformulierungen und auch im ersten Vatikanum hat man ja nicht ursprünglich einen Plan verwirklichen können, eine Gesamtdarstellung von Leben, Sendung, Wesen der Kirche zu geben, sondern aufgrund dieses französischen deutschen Kriegs und so weiter musste das Konzil vorzeitig beendet werden und da ist eigentlich nur übrig geblieben ein Kapitel, das sich mit dem Primat des Papstes, Jurisdiktionsprimat und Lehrprimat nun auch beschäftigt, aber die Frage war immer das Deserterat, wie ist das eigentlich einzuordnen in den Gesamtzusammenhang unseres Kirchenverständnisses und hier hat das Zweite Vatikanische Konzil so einen gewissen Paradigmenwechsel, das war zu hoch gegriffen, vollzogen, nämlich jetzt nicht durch Abgrenzung gegen andere Lehrmeinungen den katholischen Glauben darzustellen, sondern einfach ohne sich von diesem oder jenen abzugrenzen, einfach zu sagen, was sagen wir jetzt einfach positiv von unserem katholischen Verständnis von Wesen und Sendung der Kirche. Das hat ja auch den Vorteil gehabt, dass dann auch bestimmte Lehraspekte der evangelischen Theologie besonders akzentuiert worden sind, durchaus aufgegriffen werden konnten, besonderes Verständnis der Bibel als Wort Gottes dann in Dei Werbung heißt ja dann die Offenbarungskonstitution über die göttliche Offenbarung, also gewisse wechselseitige Ernährung im Verständnis des Wortes Gottes des Evangeliums und Offenbarung überhaupt, aber auch dann hier gerade bei der Kirchenkonstitution diese alte Gegenüberstellung allgemeines Priestertum oder was ist das ordinierte Amt evangelisch gesprochen oder was bedeutet bei uns der priesterliche Dienst, der sich aufgrund des Weihesakramentes ergibt. In diesem weiteren Ansatz her sind glaube ich auch viele Kontroversen vielleicht nicht ganz überwunden worden, aber zumindest entschärft worden, indem man eben auch das Anliegen der anderen Seite positiv dann aufgreift und würdigt. Und hier ist glaube ich mit Dei Verbum, also zur Entwahrungskonstitution über die göttliche Offenbarung mit Lumen Gentium heißt ja das nach den Anfangsworten benannt, glaube ich sozusagen das wichtigste Dokument des Zweiten Vatikanung sagt das Ausführlichste was uns vorliegt zu benennen. Wenn man so sich rumhört, was ist die Kirche, habt ihr schon angedeutet, was da alles für einseitige Aspekte dann genannt werden und die Leute sagen, ich drehe das der Kirche aus, weil ich mich über etwas geärgert habe und möchte dadurch irgendwie den Bischof jetzt irgendwie etwas heimzahlen oder den Lehrer passt dann der Religionsunterricht nicht, der sagt, das tritt aus der Kirche aus, was heißt das überhaupt aus der Kirche austreten, da steht ja die Meinung dahinter, die Kirche ist ein Verein, wenn ich irgendwie eintrete, passives Mitglied bin oder aktives Mitglied und wenn ich mich über den Vorsitzenden oder den Kassierer ärgere, dann trete ich halt wieder aus. Natürlich haben wir aufgrund der Religionsfreiheit hat jeder die Möglichkeit öffentlich zu sagen, da möchte ich dazu gerechnet werden oder nicht dazu gerechnet werden, aber ich glaube diese Perspektive ist ja nur eine zivile, bürgerliche Perspektive. Hier beginnt das Konzil, nicht mit Forderungen an die einzelnen Gläubigen, sondern sagt im ersten Kapitel, ersten der acht Kapitel, die Mysterio Ecclesia, die Kirche im Mysterium Gottes, Mysterium biblisch gemeint, Mysterium nicht etwas, was irgendwie schwer verständlich ist, ein großes Gedankenrätsel, sondern Mysterium ist eigentlich ein anderes Wort für den Heilsplan Gottes. Gott hat vor, dass alle Menschen zum Heil kommen, aber er begegnet den Menschen auf unsere Weise, nämlich auf geschichtliche Weise und er tritt in unsere Geschichte ein, schon im alten Bund her sehen wir die Berufungsschichten von Abraham vor Geschichte natürlich bis zur Schöpfung hin, zurückgehend, aber die Berufung Israels, ein Volk aus vielen Völkern wird berufen, nicht um privilegiert zu sein, sondern um gleichsam Werkzeug zu sein, Zeichen zu sein für diesen umfassenden Universalen, am Ende der Zeit eintretenden vollen Heilswillen Gottes gegenüber allen Menschen, das beschied nun nämlich konkret in Jesus Christus, in der Inkarnation, in der Menschwerdung und bleibt für immer gegenwärtig in der Sendung des Heiligen Geistes, Pfingstfest über alles Fleisch mit der Geist Gottes ausgegossen und in diesem Licht des Heilswillens Gottes entsteht die Kirche als Gemeinschaft von Menschen, aber als Gemeinschaft von Menschen, die ganz in Christus verankert sind, sie sind Zeichen für alle, die zum Glauben kommen sollen und die Kirche ist schon wie damals Israel eigentlich Werkzeug in der Hand Gottes durch dieses Volk wird er das Heil dann auch beschichtlich realisieren, dass er in seiner Ewigkeit her für uns Menschen schon bereitet hat. So müssen wir dann Kirche verstehen im Gesamten des Heilsplanes Gottes Partikular, eine Partikulare Gemeinschaft bei ihr nur die zugehören, die auch ihr Glaubensbekenntnis mitvollziehen, die in der Taufe hineingenommen sind, in den Leib Christi und die auch ihre gesamte Ordnung, Grundordnung anerkennen. Aber die Kirche ist nicht für sich selber da, dass wir uns besonnen im Kreis von Gleichgesinnten, das ist ja immer ganz schön, gibt es da keine Spannungen, keine Anfragen, aber es soll nicht so ein kleiner Club sein, derjenigen, die unter sich bleiben wollen, so eine Kirche ist immer gesendet hinein in die Welt mit allen Auseinandersetzungen, Spannungen, aber wie es in Gaudium et Spes heißt, warum ist eigentlich die Kirche in die Welt hineingesandt, nicht irgendwie als Fremdkörper, schon fremd in der Welt, weil sie nicht von der Welt ist, aber nicht einfach ein völlig unverdaulicher Fremdkörper, sondern an Freude und Hoffnung, Gaudium et Spes, an Leiden, Trauer, an allem, dem was die Menschen bewegt, nimmt die Kirche teil, man wird selber als Menschen auch von diesen Menschen in Grundfragen genauso bewegt sind wie die anderen, aber wir drücken den anderen nicht unsere Philosophien, unsere Gedanken auf, sondern, es ist dann so schön, in Gaudium et Spes, Kirche in der Welt von heute, Kirche aber glaubt, glaubt es, uns bezeugt es, was all diese Grundfragen, wozu bin ich überhaupt auf Erden, wer komme ich, wohin gehe ich, wie kann ich überhaupt mit dem Leiden umgehen, dem Tod, der Endlichkeit, all dem, was da geschieht, und diese Fragen strengen uns den ganzen Tag an, lernen einen Beruf und alles mögliche, bauen ein Haus, gründen eine Familie und am Ende ist es scheinbar doch alles wieder nichts, zerrindet uns alles unter den Händen, wozu all diese Anstrengungen, die wir unternehmen und dann sagt es, Christus hat das alles selbst an sich erlitten, getragen und aufgenommen und die Kirche glaubt und bezeugt, dass Christus die Mitte und der Mittler ist die von Gott gegebene Antwort, Gott selbst ist die Antwort auf die Grundfrage, die der Mensch in seiner Kontingenz, in seiner endlichen Existenz selber ist. Und dafür ist eben die Kirche da, von Christus gewollt und eingesetzt im Laufe seines irdischen Wirkens, hat sie konkrete Gestalt angenommen, ist dann im Pfingstereignis auch dann deutlich hervorgetreten, aber freilich Kirche auch schon, das wird ausdrücklich gesagt, schon angelegt im ewigen Heilsplan Gottes. Diese Kommunio von Vater, Sohn und Geist, dreifaltiger Gott, das ist gleich schon das Urbild von Gemeinschaft mit Gott und in Gott, die dann konkret in der sichtbaren Kirche dargestellt wird und das Mittel ist, indem wir diese Kommunio, die wir untereinander haben, vollziehen als Kommunio, die wir mit Gott haben, die in der Kommunio der Liebe der drei göttlichen Personen schon ihr unverbietbares Urbild hat, von dem wir alle dann hergeprägt sind. Deshalb ist die Kirche, Kirche Gottes, Volk Gottes, die Kirche des Sohnes, Leib Christi biblisch gesagt, die Kirche des Heiligen Geistes, Tempel des Heiligen Geistes und es gibt ja noch viele andere Bilder für die Kirche im Alten und im Neuen Testament, aber die Kirche ist vom dreieinigen Gott her geeint und sie ist in Christus Zeichen und Werkzeug, das sind die beiden Elemente, die im Wort Sakrament stecken, also Sakrament für die innigste Vereinigung der Menschen mit Gott und der Liebe, wie auch für die Einheit der Menschen untereinander, auch für die Einheit der Menschen untereinander soll die Kirche Zeichen und Werkzeug sein. Was tun wir denn, wenn wir uns einsetzen für den Frieden in der Welt oder für soziale Gerechtigkeit, wenn wir Ellenbogen Mentalitäten in uns selber, aber auch in der Gesellschaft kritisieren, kritisch, aber produktiv und konstruktiv kritisch uns auf die Welt zu bewegen und so doch deutlich machen, es gibt nur die eine Einheit der Menschheit, weil alle Geschöpfe Gottes sind, alle berufen wurden, Brüder und Schwestern untereinander zu sein, weil wir eben nur den einen Gott haben, unseren himmlischen Vater, Christus, unser Bruder geworden ist in der Menschwerdung und der Heilige Geist die Freundschaft, die Freundlichkeit, Menschenfreundlichkeit Gottes uns nun auch schenkt und auch als Bewegungsprinzip in die ganze Welt hineinbringt. Deshalb dann nach diesem Entfaltung die Kirche im Mysterium Gottes im zweiten Kapitel, die Kirche als Volk Gottes ist sicherlich ein Volk Gottes, ein Volk Begriff gebraucht jetzt in einem staatlichen Sinne, sondern im Zug auf das Alten Testament, wo Yahweh aus vielen Stämmen auf einmal sich, sein Volk heißt es sogar geschaffen hat, einen Begriff nicht mehr gemacht hat, sondern geschaffen, das Volk Gottes ist geschaffen worden. So ist es auch im Neuen Bund, aus den vielen Völkern, vielen Menschen werden Kraft des Glaubens in der Taufe zu einer solchen Einheit gemacht, dass man sie gleichsam als Volk sichtbare Wirklichkeit in dieser Welt darstellen kann. Aber ist auch gleichbedeutend mit Leib Christi und Tempel des Heiligen Geistes, wo überall diese Einheit in Gott und haben wir auch untereinander und die Vielheit der Glieder nun zum Ausdruck kommt. Und deshalb nehmen alle an der Gesamtsendung der Kirche auch teil, sind alle Subjekt in der Kirche, durch das Heilswirken Christi hat man im 17. 18. Jahrhundert zu verschiedenen Aspekte aufgeteilt, die sind jetzt nicht absolut dogmatisch verbindlich, aber es soll Sichtweisen auf das was Christus alles für uns getan hat. Christus ist der priesterlich tätig als der Heilsmittler, das kann man gleichsam priesterlich nennen, Christus hat aber auch uns die Lehre Gottes gebracht, das Wort Gottes als Evangelium gebracht, Christus ist der Lehrer, Christus der Lehrer, der Hohepriester, wie wir vorhin gesagt haben, den Hebräer Brief, um das Heilswerk zu bezeichnen, aber Christus ist eben auch der König, königliche Amt, Christi, nicht im Sinn von Analogie der weltlichen Herrschaft, sondern die Königsherrschaft, das Reich Gottes, wird uns gebracht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wo der Wille Gottes geschieht, getan wird, da ist Gott mitten unter uns gegenwärtig, das ist auch die königliche Herrschaft Christi, also diese drei Ämter und die drei Perspektiven nehmen wir die eine Sendung Christi betrachtet, das geht ja in gewisser Weise auch auf alle Gläubigen, auf die ganze Kirche und somit eben auch auf jeden einzelnen Gläubigen nieder über, aber das ist jetzt nicht im Anspruchsdenken und so weiter, ich bin jetzt auch was und so weiter gegenüber anderen oder wie man sagt, ich bin genauso wie du Herr Pfarrer, darum geht es nicht jetzt hier Anspruchsdenken zu befördern, sondern die Verantwortung für das Ganze, für der Einzelne und die ganze Gemeinde sich zu Eigen machen, also alle sind wir Zeugen, ganz konkret schon in der Familie, zu Hause, die Eltern ihren Kindern gegenüber, sagen wir zu Recht, sind die ersten Stellvertreter Gottes, die ersten Zeugen, die von Gott sprechen, die Kinder beten, Lehren, die eigene Existenz, beten, gleichsam zu erfassen, zusammen zu fassen, aber sind auch alle priesterlich tätig, insofern wir für das Heil der Welt da sind, ungefähr das, was Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt hat, wir sollen Kirche für andere sein, nicht gehen die Kirche, damit meine ästhetischen Gefühle oder meine ethischen Programme jetzt hier nochmal bestätigt werden, sondern wir sind ja Kirche für andere, so wie Christus der Mensch für andere gewesen ist, das ist vielleicht eine moderne Übersetzung, das was wir so das priesterliche Volk Gottes nennen, vom hohen priesterlichen Dienst Christi angefangen und soll und soll auch königliches Priestertum sein, was heißt hier königlich, nicht, dass wir ganz klar jetzt über die anderen uns erheben, sondern das, wir sehen, das Königtum Christi besteht eigentlich darin, dass er wie ein guter Hirte, wie ein Diakonos, wie ein Diener, für die anderen tätig war, das ist eigentlich die Herrschaft, die Gottes Herrschaft, die auch durch uns in die Welt hinein gebracht werden sollen, deshalb diese Teilnahme des ganzen Gottesvolkes und somit auch jedes einzelnen Christen an dieser priesterlichen, königlichen, prophetischen Verkündigungssendung, die Jesus Christus für uns hat. Und dann im dritten Kapitel geht es um die sakramentale, die hierarchische Verfassung der Kirche, das Wort Hierarchie wird ja auch in unseren Medien oder sonst wo im Alltagsgebrauch immer falsch verstanden, Firmenhierarchien, eine erhebt sich über den anderen, die HAK-Ordnung geht von oben nach unten oder sowas, das hat mit Hierarchie nichts zu tun, das ist ja aus dem Griechischen genommen, bei Pseudal Dionysius Ariopagita, 6. Jahrhundert, ein Schriftsteller, da das, was wir sakramentale Ordnung nennen, nicht die Menschen geben, die Ordnung für die Kirche, sondern Gott gibt selber die Ordnung für die Kirche, das nennt er aus heiligem Ursprung, das ist ja ein heiliger Ursprung, also ein Sakrum, eine heilige Ordnung, die Gott der Kirche gibt, aber es ist nicht eine Ordnung der Herrschaft, der einen über den anderen, sondern des besonderen Dienstes, den einzelnen Glieder aus der Gemeinde, die dazu eigens berufen werden, für andere Dienste, für andere Christen tun, das Ministerium, Verbi et Sacramentorum, der Dienst des Wortes und der Dienst der Sakramente und der Hirten, Dienst, der Hirten Dienst, der sich an Christus ausrichtet, der gute Hirte, der eben gekommen ist, nicht da sich bedienen zu lassen, der Menschensohn, sondern um zu dienen, gute Hirte gibt es ein Leben für die anderen, das ist sowohl geistlich wie auch theologisch, sozusagen das innere Maß, die Spiritualität derer, die im Sinne des dritten Kapitels, Grund des Apostelamtes, zum Bischofsamt, zum Pressbütteramt, Priesteramt, wie wir in Deutschland auch sagen, und zum Diakonendienst auch berufen sind, zu auch die Zuordnung zu dem sogenannten gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen, das sind nicht irgendwie zwei Teile der Kirche, die sich gegenüberstehen oder vielleicht auch in manchen Missverständnissen, der Priester ist der Mittler in dem Sinn, dass er jetzt zwischen Gott und den Menschen steht und dann auf einmal in einer Konkurrenz kommt zu Christus und ist der Mittler in dem Sinn, dass er Werkzeug des Mittlers ist. Bischof oder Priester kann glaube ich nicht die Gnade selber uns geben, aber er kann sie im Zeichen, so wie Christus in den Sakramenten eingesetzt hat und so vermitteln das, wie Paulus sagt, ich danke euch, dass ihr mein Wort, mein menschliches Verkündigungswort nicht einfach als mein Wort angenommen habt, sondern als Wort Gottes, was es in Wahrheit ist. Gott spricht durch Menschen Mund in den Zeichenhandlungen der Sakramente, ist es eigentlich Christus selber, der die Gnade des Sakramentes uns vermittelt. Augustinus hat schon gesagt, Christus ist wie Baptizat Christus, ist es der eigentlich Tauf, die Taufgnade wird ja von Christus uns geschenkt, während das Taufzeichen von dem beauftragten, bevollmächtigten Diener Christi vollzogen wird. Dann firmungsstest auch, weil man in Amberg und hat das auch in der Predigt natürlich so gesagt, ich kann euch jetzt nicht den Heiligen Geist vermitteln, ich komme ja nur im Auftrag Christi durch die Handauflegung und das Gebet vermittelt Gott selber euch seinen Heiligen Geist. Da stand dann in der Amberger Zeitung, der Bischof fährt sich für Gott. Also kommt vieles auf Missverständnisse an, der theologische Hintergrund nicht klar ist, ist das nicht klar, weil es eigentlich Christus ist, es ist eigentlich der Tauft, der Firmt, der die Eucharistie vollzieht, der die Bussakrament und die Sünden vergibt. Kein Mensch kann Sünden vergeben, das wissen wir auch, aber Christus hat, ja der Kirche ist ein Auftrag, in wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn dieses Wort der Vergebung der Absolution gesprochen wird, durch den Mund des Priesters ist es Christus selber, der die Sündenvergebung bewirkt, nach einem Ehesakrament, deren Mann und Frau ihre Endlichkeit menschlichen Schwäche, ja völlig überfordert, sagen zu können, bis der Tod uns scheidet, verspreche ich mich wieder meinem ganzen Sein auf eine unbekannte Zukunft hin, die alles mögliche bringen mag, verspreche ich mir dir ganz, wie soll das möglich sein, es ist Gott, der die beiden verbindet, was Gott verbindet, soll der Mensch nicht trennen, also das Ehepand, innere Gnade des Sakramentes, die nach über die bloße Trauung hinaus, das ganze Leben, die wirkt, die kann natürlich nur von Gott selber kommen, Funktion nochmal haben in der Kirche, aber wenn man das zweite Kapitel richtig versteht, ist natürlich klar, dass alle, auch diejenigen, die nicht Priester sind oder nicht ein Ordensgelübde abgelebt haben, aber aufgrund von Taufe und Firmung auch voll und ganz Kirche sind, Kirche sind und die kirchliche Sendung in Haustragen, in die Familie, in den Beruf, in das öffentliche Leben, dass jemand in der Politik engagiert oder auch in der Wirtschaft große bedeutende Aufgaben hat, muss er immer immer als Christ auch tätig sein, nach den christlichen Grundprinzipien, das Gemeinwohl geht vom Eigenwohl und alle diese Aspekte wissen wir ja alle eben auch, besonders die Laien tätig sein, aber natürlich sich auch innerkirchlich engagieren und die Gesamtsendung der Kirche nun auch mittragen, bis in kirchliche Gremien hinein, die ja nicht jetzt ein demokratisches Kontrollgremium sind, sondern die aus der gleichen Wurzel herauskommen, nämlich die Sendung, die Anteilhabe an der Sendung der Kirche für die ganze Welt. Deshalb es ist auch gut, dass eben das auch institutionalisiert wird, zum Beispiel in der Pfarrei dieser Ebene oder der Diözese haben wir eben auch verschiedene Räte oder Gremien, die eben das auch so zusammenfügen, dass auch nicht der Eindruck entsteht, der Priester ist sozusagen der Alleinunterhalter, der Versorger oder allein jetzt in der Optik der Leute die Kirche darstellt, Sondern da soll auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens nun auch ganz sichtbar sein. Dazu gibt es auch nochmal besondere Ämter, die auch Laien übertragen werden, sowohl in der Seelsorge, wie auch im Karitativen, im Bildungsbereich, in allen Feldern, in denen die Kirche tätig ist. Nun dann kommt dieser Kapitel über die allgemeine Berufung zur Heiligkeit, das Ordensleben, die eschatologische Verfassung der Kirche, die Kirche ist Werkzeug des Heils, aber es geht am Ende hin auf das ewige Leben, wir haben hier keine bleibende Städte, sondern suchen die zukünftige, also auf diese Perspektive, das was konkret in der Grundhaltung, in der Gabe, dem Geschenk der Hoffnung uns gegeben wird, wir sind erlöst, aber auf Hoffnung hin auf die ewige Vollendung. Dann im achten Kapitel wird das, was so theoretisch dargelegt ist, vielleicht für manche nicht so leicht verständlich ist, aber nochmal zusammengefasst in einer Person, da kann man es am deutlichsten sehen, was eigentlich Kirche ist, hörende Kirche, Christus nachfolgende Kirche, nämlich in der Gestalt Marias, der Mutter Gottes und der Heiligen. Das ist das Grundgedanken von Lomengentium, glaube ich, ist nach wie vor aktuell, wir müssen sie uns immer auch neu aneignen, entweder durch Lektüre oder das vielleicht mal Bildungsveranstaltungen vielleicht mal ein Kapitel herausgegriffen wird, auch im Gegenstand der Predigt sollte das sein, Leiden leiden ja darunter, dass es zu wenig religiöses Wissen gibt, vieles geschieht auch aus Unverständnis gegenüber dem, was eigentlich die Kirche ist, wenn man ein Ärgernis dran nimmt, weil man eigentlich das Ganze gar nicht richtig versteht, kürzlich gelesen hat irgendein Pfarrer gesagt, der in Berlin dabei war im Olympiastadion, da hat sich eine Frau neben ihm so aufgeregt, weil der Papst gesagt hat, ich bin der Weinstock in der Predigt sagt ja dann aufgegriffen das Evangelium ich bin der Weinstock und gemeint der Papst selber hätte sich als den Weinstock und was bildet er sich überhaupt ein dass er sagt ich bin der Weinstock und ihr seid die Regen also viele biblische Kontexte Gleichnisse Vergleiche Bezüge sind ja oft in so dramatischen Weise unbekannt oder verzerrt dass dann solche Dinge am Ende heraus kommen manches liest mit auch so in Leser Briefen was da alles so von sich gegeben wird also eine traurige Nichtkenntnis des Glaubens der Bibel und der wichtigen Quellen unseres christlichen und kirchlichen Lebens also heute Abend jetzt mal auf zwei Dinge mich bezogen wie Liturgie und und Kirchen Verständnis sehr interessant wäre natürlich gerade die Metzbees auch die Kirchen der Welt von heute aber es ist jetzt sicher auch hoffentlich auch etwas angeklungen dieser Sendungscharakter der auch in der Liturgie von uns immer erkannt werden muss wir haben ja die deutsche Übersetzung Ete Misa Es naja geht hin in Frieden manche legen das so aus ihr geht hin in Frieden jetzt habt ihr eure Ruhe aber es ist ja Frieden glaube ich im biblischen tiefen Sinn gemeint Shalom Gottes Mensch Verhältnis und das innere erfüllt sein vom Evangelium von der Freude des Glaubens von der Gewissheit auch dass am Ende alles gut geht jedenfalls denen die Gott lieben dass wir durch alle Prüfungen dieser Zeit sicher hindurch gelangen können geht hin in Frieden und dass wir auch Boten Boten Zeugen sind des Friedens Gottes der Shalom das er in unsere Welt hineingebracht hat in Christus im Heiligen Geist Konzil wollte und will ja nach wie vor die Kirche erneuern Erneuerung in Christus haben wir auch als Programm jetzt in unserer Diözese gibt einen Dialogprozess aber nicht nur so vertikal verstanden werden sollte sondern ursprüngliche Dialog ist ja wie es in die Verbum heißt der beständige Dialog das beständige Gespräch der Kirche als Braut mit dem Bräutigam ein Dialog in der Liebe in dem tiefen Gott Vertrauen der Gottes und in der Nächsten Liebe und so glaube ich dass wir das Zweite Vatikanische Konzil und so immer auch zu eigen machen als eine Bestätigung und eine Vertiefung unserer Sendung für die Menschen dass wir sagen wir kommen jetzt nicht aus der Vergangenheit und gehören jetzt nur irgendwie an der vergangenen Menschheitsgestalt an es gab es mal so ich glaube im Jahr 2000 einen Kongress in der Sarebon wo wir da nicht wie früher vielleicht in der Zeit des ganz scharfen Dianzismus in der französischen Zweiten Republik Ende des 19. Jahrhunderts so scharf gegen die Kirche ist sondern hat man gesagt die hat auch die Kirche ein wunderbar Positives erbracht aber jetzt nach 2000 Jahren soll mal Schluss sein sie hat sich selbst abgeschafft und erledigt die Kirche hat ihre historische Sendung erfüllt in der Zukunft brauchen wir etwas anderes aber ich glaube da dürfen wir fest davon überzeugt sein Lumen Gentium heißt ja Christus ist das Licht der Völker und es gibt kein anderes Licht das die Dunkelheit unserer schöpflichen endlichen Existenz erhellen kann als Christus aber wie es dann weiter heißt Lumen Gentium eben dieses Licht Christi wo ist es in der Welt soll ja wieder strahlen auf dem Antlitz der Kirche und so die Menschen einladend werbend überzeugend hinführen zu Christus der Pittler des Heils das wünsche ich uns allen zum Konzilsjubiläum nächstes Jahr 50 Jahre Beginn des Konzils aber auch dass diese drei Jahre der Erinnerung auch ein Prozess werden indem wir uns vieles was zu so tiefen Gedanken und Überzeugungen geäußert wird uns zu eigen machen und deshalb so auch ein bisschen aus der Lethargie herauskommen aus dieser Einstellung ja wir wissen nicht wie es weiter geht das ist ein bisschen hoffnungslos und resigniert werden angesichts der vielen Angriffe und vielleicht der berechtigten Kritik auf die Kirche insgesamt oder auf einzelne Personen in der Kirche dass wir einfach ganz froh und gewiss sagen wir kommen von Christus her und wir bringen eine wunderbare Botschaft die uns alle trägt nämlich das Evangelium von Gott her indem wir die Würde und die Bedeutung die ewige Berufung eines jeden Menschen erkennen und auch bezeugen können und die